Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Reich sind wir. Seht ihr, 8.921 Piepen haben wir auf der Tasche. Ausgerüstet ist wieder mal unser guter, keine Ahnung wie der heißt, müsst ihr jetzt gucken, A-280C und wir gehen ins Gefecht. Kampfläufer ist heute wieder die Mission, ist meine Lieblingsmission und wir sind auf dem Planeten Jutland. Oder irgendwie so. Egal. Verteidigen. Gut, jetzt muss ich erst mal wieder klarkommen. Ich versuche mich mal dementsprechend nicht so zu blabieren wie in der letzten Folge. Was wirklich nicht so einfach ist. Oh. Imperiale Einheiten haben unser Ablegssignal abgeschaltet. Ja, das hat er gemacht. Er ist geschützt. Kriegt nix. Ja, ich beginne die Runde mal nicht mit dem Tod. Oh. Ah, er hat gerade was eingesammelt. Oh, 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 oh. Oh, Granaten. Können wir da vielleicht was reißen? Commander Skywalker ist eingetroffen. Naja, gibt wenigstens Punkte. Ja. Ist das ein Stück vom T-Fighter? Was? Oh. Oh, das mag ich irgendwie sehr gern. Auch wenn es sehr lange lädt. Ich hab dich gesehen. Nein! Einfach mal in die Unendlichkeit rein. Irgendwann treffe ich schon im Universum. Ich hab dich gesehen. Ach, das war's wahrscheinlich. Ich bin ihm! Aua! Okay. Wir scheinen das gut zu halten hier. Ich hab ein gutes Team. Aua. Was ist denn da? Explodiert jetzt. Heftig. Aber die haben so viele Durchschlupfmöglichkeiten hier. Die... Das böse Imperium. Da kommen so die dicken Läufer. Hammer. Wie lange man den Laser sieht, ne? Hammer. Okay, da hinten ist noch was. Ich bin so mutig. Ein schöner Blaster. Boah, der wäre hier jetzt gerade perfekt. Wir lümmeln ja eh die ganze Zeit hier rum. Und dann können wir den Blaster auch auf die, ähm... Etty-Etty's richten. Später. Oh, oh, oh. Hä? Wieso kommt mir jetzt eigentlich keiner hier hoch? Da, wo ich immer so einen schönen Blaster aufstelle. Auf jeden Fall hat er auf irgendwas geballert. Oh, oh. Der kommt links. Rechts rum. Oder? Ja, du kannst doch nicht hier einfach unsichtbar werden. Wo bist du? Oh, oh. Nicht mit mir, mein Freund. Ne. Habt ihr das gesehen? Der hat doch nur einmal gepupelt. Und dann war ich schon wieder tot. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Taktisches Arschloch. So. Wir müssen das Ding da aktivieren. Leute, wir müssen das aktivieren. Oder ich muss einfach mal... Ich bin mal einfach mitten im Gefecht. Es ist aktiviert. Aua. Voll der Held. Aua, 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 aua. Irgendwas mal machen. Scheiße. Nein, nein. Ach, der kommt von der Rechts. Verdammt. Wie hieß der? Hallo, americano? So. Warum ballern die denn immer an? Ich hab Angst. Egal, Granate. Oh. Partnerstart. Was? Das ist... Das ist ein Blaster. Und ich bin fast tot. Boah, der hat eine mega Blaster-Position. Aber das war's mit deinem Blaster, du. Du Blaster. Boah. Über Ziel hinausgesprungen. Partnerstart. Aua. Ist schon wieder. Hab dich gesehen. Ah, Luke hat es schon ledigst. Aktivieren. Ziele sind wichtig. Geben viele Punkte. Und, ähm... Aua, 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 aua. Oh nein. Ich ahne es. Ich hüpfe einfach mal. Wie blöd. Hier kann ein anderer benutzen. Ich will den hier haben. Gute Arbeit. Wir haben den Ablenk aktiviert. Boah, dieser Druide. Der macht Damage. Aber nur bei anderen Spielern, glaube ich. Dann lassen wir auch mal hier so schön rumfahren. Hier ist der Ablenk drin. Heißt also, hier wollen sie rein. Kann man glauben, so ein süßer Druide, der so böse ist, ne? Das ist ein süßes Druide. Und er scannt auch gleichzeitig. Man sollte ja meinen, die Leute kommen jetzt hier rein, ne? Eigentlich. Oh. Ah, ah, ich liebe es. Ich seh's auf der Karte, ja? Aber die kommen mir gar nicht erst rein. Blondine. Bei blonden Frauen werde ich immer schwach. Kann ich machen, was ich will? Oh. Oh. Zu heiß. Komm, scannen, kleiner Druide. Scannen. Boah, das ist so eine Megapose hier, ne? Das ist ja... Aber die kommen gar nicht ums Eck. Ah, jetzt. Jetzt hat er bestimmt das Gefühl, er dürft. Ne. Jetzt aber. Komm, Timmy. Ja. Da kam er nicht davon. Es ist so hell draußen. Au, au. Ah, Kaffee. Nahkampf. So. Geht direkt wieder rein. Also auf jeden Fall bin ich nicht ganz so schlecht wie in der letzten Folge. Noch jedenfalls. Hallo? Was hab ich denn jetzt eingesammelt? Und wie hab ich's eingesammelt? Wo, um, wo wird geschossen? Er schreckt mich doch nicht so. Das Geschütz soll logisch aufgestellt werden. Wie? Ich hab einfach nur ins Leere geschossen. Oh, schon lange nicht mehr geflogen im X-Wing. Oh, außerdem tut das absolut mega. Ich muss das einfach machen. Das macht Spaß. Ich fliege zur Sonne. Bei uns ist so schlechtes Wetter. Da ist er. Drei. Au, 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 au. Feuer. Volltreffer. 100 Schaden gemacht. Aber die gehen nicht kaputt. Ich glaub ich werd gejagt. Kann man gut ausweichen. Wenn man einfach nur rumzappelt. Da ist er. Krieg ich ihn nicht. Die Schilde werden nicht mehr lange aufbreitet. Vergruß das nicht geschaffen. Oh. Boom. T-Abfangjäger. Ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, was die tägliche Aufgabe heute ist. Bodeneinheit. Fallt dich jetzt viel an. Bodeneinheit. Die kann mich mal kreuzweise. Können wir diese Rakete. Kann ich nicht. Wie? Wie? Wie lange hab ich denn eine Rakete am Arsch? So. Weg ist er. So. Äh. Ich würd mich mal gerne um Bodenziele kümmern. Kommt da ein neuer? Ne. Das ist nur Spiel. Besiegt? Was? Achso. Langsam. Egal. Kamika hat sie. Okay. Hat sie erledigt. Boah. Wie viel Kraft hat denn das Ding? Ah. Kaffee. 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 Okay. Was? Hä? Blind? Springen einfach mit vorbei. Ich glaub wir gewinnen die Runde. Ich hab das so im Gefühl. Ah. Das krasse Gewehr. Ähm. Jetzt sind wir hier am Arsch der Welt gespawnt. Weg da. Nein. Das ist eine Megapose hier. Also furchtbar. Ab Link. Erfassungsequenz offline. Wir müssen das Signal reaktivieren. Oh. Das weh da. Held verwundet. Ähm. 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 Meins. Schon wieder. Krieg mal das doofe Gewehr. Boah. Den da ist wieder. Damit eine reinsemmeln. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich hab einfach ins Leere geschossen. Jetzt hätt ich das Ding haben können. Das wär geil. Boah. Nein. Aus der Luft geschossen. Ne. RT-97. Oh. Oh. Ich hasse diese ETS-T's. Hrrr. Immerhin noch was gesammelt. Das war so sozusagen mein Ziel. Und es ist ein Temalimploader. Und ich weiß, dass da eine Menge Leute kamen. Also raus damit. Aber hat nichts gebracht. So. Das Arschloch läuft da unten nach oben. Ne. Da ist er. Ich hüpfe direkt zu ihm hin. Oh. Stand ja jetzt gerade, dass ich das war. Wenigstens das. Wo ist... Signal reaktiviert. So. Offline. Das ist nicht gut. Nein. Das ist ja eine Reihe. Du kriegst ja immer dieses Ding. Alles offline. Ist doch alles voll mit Gegnern, oder? Oh. Mann. Er wischst mal mal einen direkt. Und dann steht wieder woanders einer. Man hat immer Pech. Ja klar. Er hat ja eine bessere Waffe als ich. So. Toll. Vier. Also wir werden es schaffen. Au, au, au. Nein. Warum denn? Der hat das selbe Gewehr wie ich. Und ich habe auf den geschossen. Warum fahre ich tot um und er nicht? Warum? Er klemmt mir das doch mal einer hier. Weil ich scheiß Schütze bin. Treffer. Das war doch ein Treffer. Aber auch sterben die. Scheiße. Wir gehen sowas von drauf. Laut unserer Spione ist Vader in der Nähe. Haltet die Augen offen. Imperiale Einheiten haben unser Ablegssignal abgeschaltet. Wir müssen es reaktivieren. Ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen überlaufen worden. Autsch. Immerhin anhitten. Das ist ja mal was. Autsch. Irgendwas cooles hier drin. Konzentriert euch auf den Kampfläufer. Er ist nicht mehr lange ungeschützt. Punkte. Punkte. Jetzt holen wir uns ein paar Punkte. Oh. Damit haben wir uns schon versagt. Wie, der war jetzt ungeschützt zwei Sekunden lang. Wie soll ich denn da gewinnen? Naja. Keine gute Runde, aber auch keine Katastrophe. Bin ganz zufrieden. Immer noch auf dem Weg Richtung Level 28. Was? Nicolégolas. Fällt mir irgendwie der Name. Ich weiß auch nicht warum. So. Auf dem besten Weg. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir das nächste Level erreichen. Einen Siegbonus gibt es nicht. Mal gucken, welche Map jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob das die erste oder zweite Runde war auf dem Planeten hier. Eventuell kommt eine neue. Oder wir sind einfach Imperium. Ich muss das Bild unbedingt mal ändern, ne? Oh, meine Hass-Map Nummer 1. Aber immerhin auf der Seite des Imperiums. Da kriegst du noch ein bisschen hin. So, wir dürften, glaube ich, etwas Neues kaufen uns. Wir haben ja Kohle bis zum Abwinken. Sperrfeuer, Scharfschütze. Was ist das denn? Kopfschütze senken die aktuelle Abklingzeit. Kostet ganz schön einen Haufen Geld. Kopfgeldjäger. Das sind so Spezialfähigkeiten. Der Galaktische Bürgerkrieg bringt viele Veteranen auf die geringe Chance für einen Kill, für einen Kill, einen Power abzuhalten. Ob das gut ist? Kopfschüsse senken die aktuelle Abklingzeit geringfügig. Kopfschüsse sinken. Sperrfeuer. Ich will das haben. Ist so teuer, dass ich es wieder haben will. Und das Ganze ist, ähm, Hand 1. So, das testen wir mal aus. So, weiter geht's. Wollen wir auch nicht die ganze Zeit nur in so einem Menü rumkaufen und Geld ausgeben. Und? Ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Das musste sein. Boah, das sind so mächtige Teile, ne? Oh, ein Planet. So, Sperrfeuer. Was ist denn das nun? Ich muss das einmal ausprobieren. Kann ich gar nicht. Doch. Ah. Das ist ja genauso gut wie eine Granate, ne? Das wär's, wenn ich damit jetzt angehittet hätte. Aber die Gegner sind natürlich noch ein bisschen weiter weg. Ich kenne, ich kenne die Position alle hier. Snipen gerne nach hier. Wir wissen von einem unserer Informanten, dass Skywalker in eurem Verbrannten ist. Bereitet euch auf ihn vor. Das ist eine ganz blöde Idee, hier reinzugehen. Da steht doch mit Sicherheit ein und wartet schon. Nein? Was ist los mit euch? Y-Wing hat unseren Kampfläufer als Zielerfahrt. Ist keine Sau hier? Hallo? Hallo? Partner? Sollen wir mal versuchen? Sollen wir mal versuchen? Rebellen auf 12 Uhr. Punkte sammeln? Ich bin gebückt. Rebellen Uplink ist offline. Operation wird nach Vorsitzenden. Team wird mir jetzt offline gestellt. Oh, 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 oh. Nein! Luke Skywalker! Dieser blöde Gay. Partnerstart. So, ein Abfangjäger. Sollen wir den mal ausprobieren? Wenn wir gerade mal Ruhe haben. Da gibt es ja unterschiedliche. Sieht irre aus, das Ding, ne? Und der Sound, Alter. Machen wir mal Platz. Ich treff doch. Okay. Volltreffer, ne? Au, 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 au. Der schützt ab. Den habe ich aber schon voll reingesetzt. Das interessiert ihn aber nicht. Turbo. Boah. Jetzt wird mir eine Schlacht ja klar. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Ah, ich habe einen gekillt. Ich habe einfach nur ins Nichts geschossen und wollte Kamikaze machen. Okay. Ich kann mich nicht konzentrieren. So. Aber ich bin noch ein Rebell, ne? Ja, bin ich. Kommt, da ist weh da. Mach was. Den dürfen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Nein. Alter. Das war Lack. Das war Puguslack. Das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Wir dürfen dieses Ding dann nicht aktivieren. Ich habe Bock, wieder die Steuerung von dem Kopf zu machen. Geht er eigentlich... Nee. Oder doch. Ich weiß es nicht. Okay, okay, okay. Ihre Wehren kontrollieren die Uplinkstation. Wir müssen sie deaktivieren. Sonst nehmen uns Ihre Y-Wing-Bomber aufs Korn. Oh. Das hältst du nie aus, Kollege. Hehehe. Partnergerecht. Auch noch. Feindliche Y-Wings nehmen die Kampfläufe aufs Korn. Ja, ja. Danke. Unsere Spione haben Luke Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Der AT-AT ist dem Rebellen schutzlos ausgeliefert. Perteilig ihn. Da ist immer schutzlos ausgeliefert. Da kann man machen, was man will, ne? Irgendwas habe ich getroffen. Oh, jetzt ein Sniper. Das wäre einfach perfekt hier. Au, au. Okay, das macht alles nichts hier. Ja, mach mal die Schilde hier. Da war einer. Ich weiß es. Man bringt nichts. Man sieht nichts. Oh, er läuft einfach über mich rüber. Was bist du? Komisch manchmal. Die zappeln da so rum, die Herzen. Herzen? Die, ähm, Bonus. Falsche Richtung, Kollege. Wow, Luke Skywalker. Ich wusste, dass Luke Skywalker ein Camper ist. Tägliche Herausforderung abgeschlossen. Was war denn meine tägliche Herausforderung? Irgendwas war sie auf jeden Fall. Hat 5000 Pünktchen gegeben. Geben immerhin. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Ihr müsst sie abschalten. Luke Skywalker ist ja jetzt drin, wahrscheinlich, ne? Wir haben Boba Fett zur Unterstützung rekrutiert. Er will ja jetzt echt da drin rumpimmeln. Hallo, Boba. Geh mal da rein. Der Luke kämpft da drin. Und? Intelligente Rakete. Will ich mal wieder sehr unintelligent anwenden. Aber wenn der Boba an der Seite haben kann ja nichts schief gehen. Ja, das schmeckte nie, Luke, wa? So eine Rakete im Balk. Aber hat nichts gebracht. Oh, das war mutig. Oh, 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 oh. Hat noch nichts gebracht. Komm, erhol dich, erhol dich. Also mehr Glück als verstanden heute. Oh, 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 oh. Nein, man hätte ja mal Glück haben können. Oh, guck mal, die fallen sofort tot oben, wenn ich tot bin. Warum denn immer eine Sekunde, nachdem ich tot bin? Warum? Wirklich, die sterben, sobald sie mich getötet haben. Ich mag die hier, die ist geil. Die hat auch Power. Oh, oh, oh. Guck mal da hinten, 75 Meter. Es ist weg. Es ist weg. Das ist so beliebt, ne? Da reinzukommen. Was plus eins? Keine Ahnung. Kack, ab links sind alle offline. Ich ahne es, es kommt mir gleich wieder Energie und ich schieße mit diesen blöden Gewehr dann. Das fühlt sich keinen Sinn ergibt. Wo sind wir? Einfach mal machen. Oh, nein. Du kannst keine schon lange. Wollt er wohl an, ne? Aber ich bin doch immer schwach bei Blondin. Nicht da. Das ist mein Ablink. Na? Wieso habe ich den getroffen gerade? Was? Ach, nein. Turbolaser. Ach, da kann man mit Granaten reinschießen, die sind chillen. Das ist ziemlich cool. Die bleiben offline. Also wir haben gute Karten. Boah, ich habe den Arsch gesprungen. Was? Blödes Schiff. Also ich trinke die ganze Zeit kaffee. Ich hoffe, es stört nicht so dolle beim Aufnehmen. Also ich habe mein Leben riskiert. Ach, komm bitte, ey. Boah, mit einem Sternsverstörer im Hintergrund. Jetzt killt er mich am laufenden Band. Ich bin der Typ hier, der rumläuft mit einem riesen Pfeil auf dem Kopf scheinbar. Oder ich nehme Rache mit dem T-Fighter, der da hinten gibt. Was gibt es hier? Oh. Aha. Aha. Was habe ich? Intelligente Rakete. Ich würde gerne intelligent denen im Arsch treten. Aber die fliegen so tief. Ach, komm, ey. So. Oh, 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 oh. Mann. Wie schaffen die das mit der Impulskanone so zielgerecht zu schießen, dass ich im Laufen getroffen werde? Ablängs ist für diese Mission entscheidend, um unsere Kampfläufer vor feindlichen Luftangriffen zu schützen. Die Schlede des Kampfläufer sind verschädigt. Lass nicht zu, dass die Rebellen ihn zerstören. Ah, er holt sich das. Ein paar Lasse die Schmecken da drin. Naja, er holt sich jetzt die schönste Posi im Spiel. Oh, ich habe gar nicht eine Granate. Ich wollte eine Granate werfen. Ich habe doch... Verbessertes Geschütz, ja. Oh, das ist ein Held, ne? Sehr hässlige Held. Naja, wir schlagen uns ja ganz gut. Boah, 15 Verluste. Einen haben sie gleich platt. Keine Waffe für kurze Entscheidungen, also... Da muss man schon gezielt mit kämpfen, mit dem Ding hier. Da hinten laufen sie. Gib alles, gib alles. Aua. Oh, Kontaktmine. Ich will ja deaktivieren. Ja, genau. Deckungsfeuer. Was ist das denn? Die Rebellenbomber nehmen unseren Kampfläufer aufs Korn. Nimm mir Geld zurück. Ich will das Ding deaktivieren. Ich will Punkte machen. Es geht nur um Geld, Geld, Geld. Egal, komm. Komm, 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 komm. Ja. Geld. Nein. Da gibt es ja kein Geld für... Was? Der Fahrzeuggeschütze schießt doch auf. Die haben auch gar keine Fahrzeuge. Worauf sollen die dann ballern, das Ding? Vielleicht auch Flugzeuge. Jetzt zu dem Zeitpunkt, das Geschütz übernehmen. Es gibt massiv viele Punkte, weil die spawnen alle an denselben Kackstellen. Oh, er schießt tatsächlich auf irgendwas. Turbolaser zerstört. Ui. Na toll. Lord Vader, der kann mich mal. Mach ich alleine, mach ich das. Irgendwas ist da drin. Okay, wenn alle da reingehen, will ich auch da rein. Der würde so eine bescheuerte Rolle denn machen. Na. Geht ihr gut? Umsetzung scheiße. Oh, da ist. Rückkehrbonus. Und das macht das hier ganz allein. Immer hinterher. Nein. Scheiße. Der Malimploder schon wieder. Von Brondine. Und ich mag doch Brondine. Und so tötet die mich. Feindliche Uplink deaktiviert. Was? Was? Irgendwas treffe ich? Mit irgendwas? Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Die wollen das online machen. Ist klar. Und deswegen muss ich jetzt hier ordentlich... Und ich... Warum? Alles tot. Hä? Ja, die wollen jetzt hier rein. Ist klar. Die wollen den Uplink aktivieren. Ihr seid im Weg, ihr Sackgesichter. Oh. Oh, das will ich da unten hinstellen. Das Risiko muss sein. Boah, hab ich jetzt ein Glück gehabt. Oh, das Risiko muss sich eingehen. Oh, komm ey. Nicht eine Sau erwischt. Aber der... Aber der Ding steht gut. Was? Was? Wie lange geht die Folge überhaupt schon? Eine halbe Ewigkeit gefühlt. Ich will unbedingt die Geschütze steuern. Hier am Ende sind die... Das ist ja so ertragreich, was Punkte betrifft. Laut unserer Scanner haben wir Rebellen eine Uplinkstation aktiviert. Ja, eine scheiß Scanner. Oh, so schwarze Füße. Okay. Oh, komm bitte, 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 bitte. Ne, ne, nix. Lieber ein Hagenkrümmt. Worauf ballert ihr? Was ist da denn los auf der Seite? Guck mal, hier sind alle am Rumlaufen. Und der ballert auf mich. Der sind 5000 Spieler und der zählt nur auf mich. Oh, cool. Echt, echte Verteidigungsbonus. Jetzt ein Orbitalangriff. Ach, kacke. Naja, ich meine, haben wir gewonnen. Camper-Lol. Ja, toll. Das ist ja auch ein Spiel, wo man campen darf. 22 Verluste. Ei, 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 ei. Punktchenverteilung. Und dann sage ich, danke fürs Zusehen. War ganz interessant. Ähm, nicht so schlecht wie gestern jedenfalls. So, wir nähern uns. Rang 27. Rasant schnell. Oh, ist das langsam. Hier, wo sind meine 5000 extra? 702 Credits. Hä?